Meine Damen und Herren, Willkommen bei unserer John D. Young. Der wohnt, große Männer, nennt John D. Young. Neiseltibus Ewa. Egal wie alt du bist, du musst wissen, dass du dich bis zu deinem letzten Atemzug auf der Bühne wieder flicken wirst. Bravo! Grazina, wenn ich das kann, dann vor dir und spielen. Ja, Grazina, lebende polnische Brummkreise. Grazina, schneller, schneller. Okay, du sollst nicht gucken. Okay, schneller, schneller. Hey, 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 hey. Kontrastisch, oder? Schneller. Ich fordere drehen, bis sich einer traut, stopp zu sagen. Und glauben Sie mir, ich habe mehr Zeit als Sie. Fehler! Und die Versprüche. Antwortet sogar mich niemand, die derweise vorbereitet hat, die Zeugen in Israel auf ihre Aussage vorbereitet werden. Sehr gerne, Junge. Mein einziger Fehler ist, dass ich nicht mehr klar denken kann und es mir deshalb nicht gelingt, entsprechend zu antworten. Und man muss nicht vorbereitet sein, um die Wahrheit zu sagen. Ich weiß es nicht mehr! Ich verstehe auf, funniest stark. Ich bin bei Jesus! Wie snapped dem Paddroh von Israel! Wunderschöne händen Die brighten auch Niessern. Ja! Und ich schlecht geschwzen auf Sie? ett �.. WoMR noch nicht nur in scène, wenn meant... Ich bin nicht kto sein. Ich bin ich oo functionbar. Ich mach ihn! Ja! Das ist kein Gutesverw Colorado, Das sind doch noch, oder? Das sind da ältere Flächen, die die Männer nicht verloren, oder? Achtung! Achtung! Achtung, du Schwein! Stell dir Sein auf den Boden! Gott sei Dank für Amerika! John's Leben hält an einer Heftklammer. Rostet eine Heftklammer, Jahrgang 1942, dann ist der Ausweis echt. Rostet sie nicht, ist er falsch. Meine Damen und Herren, die Beweise verrichten sich. John's Leben hält an einer Heftklammer. Heute, vor fünfzehn Jahren, gab es einen Ausweis, der in meinen Klienten vor jedem anständigen Gericht der Welt einen Freispruch eingebracht hätte. Das größte Gericht von Israel befindet, dass John dem Jan-Yuk nicht jemand von der Welt ist. The summer on my skin at last. Ach John, übrigens, die demonstrieren auf deinem Rasen, tragen goldene Sterne. Naja, aber du bist ja davon gekommen. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ja, wie auch immer. Wollen wir einen Hotdog essen? Du, ich will keinen Hotdog. Ich will einfach nur das Spiel sehen. Wer gewinnt denn? Wir. Ach, übrigens, das OSI berührt eine Einwürmerungsakte nochmal, die sagen, du warst in Subibor. Die schickten mich nach München. Aber sie haben gesagt, dass ich unschuldig bin. Bist du? Egal wie alt du bist, du musst wissen, dass du dich bis zu deinem letzten Atemzug auf der Bühne wiederfinden wirst. Der warst war ein Mann, Named Johnson, Janke. Der sat in der Sleeve auf der Childe Freude. Der schickte die Jews, die in die Rheinsen, und die in die Black-Rand in die Blue-Wallie-Sky.